so sofort aufhören zu starten ja was ist denn los mein Gott ist denn los und einmal die Hände über den Kopf nehmen auf geht's warum dann was ist denn los was ist denn los so einmal die Hände über den Kopf warte mal die Hände über den Kopf nehmen was ist denn los mit denen ah ja gut dann sehen wir uns gleich ne let's go